Oh yeah! Weflinghofen feiert Karneval und zwar Karneval total! Am Karnevalsfreitag, den 24. Februar, steigt die größte, bunteste, schönste und atemberaubendste Karnevalsparty der Stadt im großen Festzelt auf dem Marktplatz in Weflinghofen. Nur echt mit DJ Marc Pesch und den größten Fasted Orphans-Hits. Leve Marie, ich bin kein Mann für eine Nacht, ja wenn ich dausend level zu level hätte. Tickets gibt es bei Lotto Toto Burbach im TUI-Reisebüro Bruch, bei der Genussfaktur in der Gaststätte Erfblick, bei Harry Plotter und in der Hair & Beauty Lounge auf der Oberstraße oder online auf tickets.markpesch.de. Legt euch euer Kostüm parat! Karneval total! Am Karnevalsfreitag nur in Weflinghofen. Oh yeah!